Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Das war unser Ibo, der drei Monate verschwunden war Und jetzt wusste ich, es ist nur noch eine Frage von Sekunden, bis wir ihn schnappen würden Dann haben wir natürlich erstmal alle bitterlich angefangen zu weinen Vor Freude, ja vor Freude Und weil diese Last von unseren Schultern gefallen ist Ein Hund hat mehr Rechte in Deutschland Haben Sie mir erzählt? Ein Hund hat zehn Quadratmeter Was? Ja, zehn Quadratmeter Aber wie viele Quadratmeter haben wir? Erst vor kurzem habe ich verstanden, dass ich ein Mensch bin Und doch kein Tier Ich weiß manchmal gar nicht, warum ich überhaupt mit euch noch bin Und dann habe ich gedacht Danke Danke, dass ich jetzt erlöst bin Von diesem Hin und Her Untertitelung des ZDFj 예� hung und seine Untertitelung des ZDF 132 Vielen Dank.